Herzlich Willkommen zurück beim Regional-Turmfest im Funge. Wir starten mit der Gerätekombination und am Start ist jetzt der TV DÖS. Wir starten mit der Gerätkombination und die Gerätkombination. Wir starten mit der Gerätkombination und die Gerätkombination. Wir starten mit der Gerätkombination und die Gerätkombination. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und soeben ist noch die letzte von diesen vier Teilnoten reingekommen vom TV-DOS. In der Gerätkombination erzielen Sie ein 8,11. Und zum Schluss darf natürlich auch das Endresultat nicht fehlen. Das zeichnet sich in der aktiven Stärkung. Ich lasse zwei folgendermassen auf, auf dem weissen DTV-Andelfingen. Zwei TV-Lufingen auf dem dritten Platz der TV-Samstager und weit unten auf dem Platz 18 der TV-DOS. Und zum Schluss dürfen natürlich auch die besten Szenen nicht fehlen. Mit diesen verabschiede ich mich und gebe zurück zu unserem Moderator Michael Goet. Musik 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 Meine Damen und Herren, liebe Turntfrind, Schlachtenbommer vom TVTOSE Das war der Wettkampf vom Turnverein hier im Jahr 2010. Unsere Sachen sind gut gegangen, unsere Sachen sind hervorragend gegangen. Wir hatten sogar zwei Athleten, die so rausgestochen haben mit ihrer Leistung am heutigen Tag, die sogar laut sprecher ausgerufen worden sind. Das ist die super gute Leistung von Rebecca im Wittsprung und von Dani im Schleuderball. Klar sind das PBs, sogenannte persönliche Bestleistungen. Jetzt kommen wir zum gemütlicheren Teil, hier mit dem Turnverein Teus. Momentan im Bierzelt, wo es ja gar kein Zelt ist, aber im Biergarten. Das erste haben wir uns schon genehmigt. Mal schauen, was die Tag noch bringt. Für die Turnverein Teus. Freiby TV und alle Freunde, die heute bei uns sind, live aus Gewungen. Wir können gut gehen. Ich war mir mal ein Mal, weil. Wir gucken mal ein Mal, sondern孝 Donald. Glockenze issue. Dann sagen. Also? Und wir sollten momsagen almonds. Und wir werden und klären in derлонen, was wir sagen. Sports��업 agony videos ab. Das Regionaltourenfest empfungen ist Ihnen präsentiert worden von der Zürcher Kantonalbank, GOP und Krabi Sport.